Der Hausapfel oder Kulturapfel, wie man ihn auch nennt, zählt botanisch zur Gattung Malus. Malus ist die lateinische Bezeichnung für den Apfelbaum. Der Artname ist Domestika, was wiederum häuslich bedeutet, also in unserem Fall als Nutzpflanze angebaut. Weitere Arten der Gattung Malus sind auch der Zierapfel, über den ich ein eigenes Video gedreht habe. Und 55 Malusarten gibt es auf der Welt. Unser Hausapfel wächst als Baum, das ist ja bekannt, und wird in Plantagen oft im Spalierwuchs gezogen. Beim Spalier werden die Äste paarweise nach rechts und links in Bodennähe an Holzkonstruktionen gebunden, was hinterher das maschinelle Ernten erleichtert. Beim Baum erfolgt ein spiralförmiger Wuchs der Äste. Der Hausapfel blüht gewöhnlich von April bis Mai, am Oberrhein, teils schon Ende März. Die Blüten tragen fünf Blütenblätter und sind weiß, rosafarben oder auch mal rot. Der Apfelbaum zählt zu den Rosengewächsen. Früher ging man davon aus, dass unser Hausapfel aus einer Kreuzung des Wildapfels, Malus sylvestris und Malus da syphylia entstanden ist. Genetische Untersuchungen ergaben aber, dass der Hausapfel aus dem asiatischen Wildapfel, Malus sieversii, mit Einkreuzung des Kaukasusapfels, Malus orientalis oder des Kirschapfels, Malus baccata entstanden ist. Die Apfelblüten sind eine wichtige Bienennahrung. So enthält jede Blüte 1,37 Milligramm Zucker. Apfelblüten sind somit für die Honigerzeugung sehr wichtig. Solltet ihr also vor der Entscheidung stehen, welchen Baum ihr in euren Garten pflanzen möchtet, nehmt den Apfelbaum oder zumindest einen Obstbaum. In manchen Gegenden Chinas sind die Bienen komplett ausgestorben. Warum? Ihr könnt es euch denken, durch überhöhten Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft. Damit die Apfelblüten dennoch bestäubt werden, muss das jetzt der Mensch tun. Um 1880 kannte man weltweit über 20.000 Apfelsorten. Die wollen wir jetzt der Reihe nach durchgehen. Nein, Spaß. Heute sind es in Deutschland noch 1500, aber nur 60 haben eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung. Im Handel bekommt man heute noch 30 bis 40 Sorten, aber in den Supermärkten werden quasi nur noch 5 oder 6 Apfelsorten angeboten. In Bioläden deutlich mehr, bis zu 10 Stück. Äpfel können mit sogenannter CA-Lagerung, also gesteuerte Atmosphäre, über viele Monate gelagert werden. Bei entsprechenden Sorten bis zu einem Jahr. Bei der CA-Lagerung muss die Temperatur minus 1 bis plus 6 Grad aufweisen. Der Sauerstoffgehalt liegt meist bei nur 2 bis 3 Prozent und die Luftfeuchtigkeit bei 92 Prozent. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Äpfel in der Zeit aber Vitalstoffe verlieren. Der Energieaufwand einer solchen Lagerung ist auch recht hoch. Die Transportwege darf man auch nicht vernachlässigen, wenn wir Äpfel aus Neuseeland oder von sonst wo aus Übersee beziehen. Also, am besten heimische Äpfel kaufen, am besten bio, denn in konventionellen Plantagen wird auch reichlich gespritzt. Der weltgrößte Apfelproduzent ist China mit knapp 41,4 Millionen Tonnen. Die USA kommen auf 5,17 Millionen. In Deutschland waren es knapp 600.000 Kilogramm. Diese Zahlen stammen aus 2017. Die größten Anbaugebiete in Deutschland sind das Alte Land, unweit von Hamburg, und die Region um den Bodensee. Kommen wir nun zu den Vitalstoffen im Apfel. Ihr kennt den Spruch, an apple the day keeps the doctor away. Frei übersetzt, ein Apfel am Tag macht den Doktor überflüssig. Ich glaube, da ist schon ein bisschen was dran. Der Apfel fördert den Stoffwechsel und wirkt je nach Darmzustand leicht abführend oder stopfend. Man nutzt ihn auch bei Gicht und Rheuma. Ein aus den Schalen bereiteter Tee hilft bei Husten, Heiserkeit sowie bei Katarn der Luftwege. Regelmäßig gegessen senkt sich das Risiko von Herbsterkrankungen, ferner von Asthma und Lungenfunktionsleiden, Diabetes sowie Krebs, vor allem von Narben- und Lungenkrebs. Der Gehalt an Vitamin C in Äpfeln ist nicht besonders hoch. Im Durchschnitt liegt er bei etwa 12 Milligramm auf 100 Gramm. Andere Quellen sagen sogar noch weniger. Rote Paprika enthält zum Beispiel 400 Milligramm auf 100 Gramm. Schlimm ist allerdings, dass unsere Äpfel von 1985 bis 2002 sagenhafte 60% an Vitamin C verloren haben. Das ist aber nicht nur bei einem Apfel so und es bezieht sich auf alle Vitamine und Mineralstoffe im Obst und Gemüse. Schuld an diesem Vitalstoffrückgang in unserem Obst und Gemüse ist unter anderem die Verschlechterung der Böden, hoher Einsatz an mineralischen Dünger und Pflanzenschutzmitteln. Ja, ich weiß, manche mögen das nicht hören, aber Fakt ist nun mal Fakt. Ihr braucht mir das auch nicht zu glauben. Einfach mal selber recherchieren. Der Hausapfel ist ein wichtiges Obst. Äpfel enthalten Pektin, Polyphenole, organische Säuren, Gerbstoffe und die Vitamine A, B1, B2, B6, C und E. Der Vitamingehalt schwankt mit den verschiedenen Sorten. Wichtig zu erwähnen ist das Pektin. Pektin ist ein Ballaststoff und schützt die Darmwand und bindet Bakteriengifte. Es wirkt auch entschlackend. Die meisten Vitamine und Mineralstoffe stecken übrigens direkt unter der Schale. Also den Apfel besser nicht schälen. Empfehlenswert, gerade bei Kindern, ist der sehr fein geriebene Apfel. Hier vergrößert sich die Oberfläche durch das Reiben und das Pektin kann mehr Wasser binden. Gerieben ist der Apfel auch leichter verdaulich. Sehr wichtig beim Apfel sind die Polyphenole. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die wirken im Körper unter anderem wie Antioxidantien und haben fast Vitaminkharakter. Polyphenole vermindern Plack in den Blutgefäßen, wirken somit bei Arteriosklerose und sind auch krebsvorbeugend. Besonders viel Polyphenole enthalten übrigens Beeren, vor allem dunkle, aber auch Nüsse. Die meisten Polyphenole stecken in alten Sorten wie Ingrid Marie, Voskop, Goldparmähne oder dem Cox Orange. Diese Sorten schmecken auch etwas säuerlicher, was eben an den Polyphenolen liegt. Nun hat man Sorten gezüchtet wie den Granny Smith, Pink Lady oder Jona Gold. Die enthalten weniger Polyphenole und schmecken süßlicher und angeschnitten verfärbt sich das Fruchtfleisch nicht zu schnell braun. Bei den neuen Apfelsorten hat man bewusst die Polyphenole herausgezüchtet. Aber eben diese neuen Sorten benötigen mehr Pflanzenschutzmittel, denn die Polyphenole sind für den Apfel und natürlich auch für andere Pflanzen ein Schutz gegen Pilze und Schädlinge. Übrigens Allergiker vertragen die alten Sorten gewöhnlich besser als die neuen. Also kauft nicht den vermeintlich makellosen gestalten Hochglanzapfel, nehmt die alten Sorten aus biologischem Anbau, auch wenn die mal eine Stelle haben. Manchmal wird gesagt, man solle das Kerngehäuse nicht mitessen, da die braunen Samen Blausäure enthalten. Ein wenig Blausäure ist tatsächlich drin, aber völlig unbedenklich. Was ihr hier seht, ist eine Mistel, die auf einem Apfelbaum wächst. Misteln von Apfelbäumen, aber auch von einigen anderen Bäumen werden speziell in der Krebstherapie erfolgreich eingesetzt. Schon die Germanen und Kelten nutzten den heimischen Apfel. Sie kochten daraus Mus und gewannen den Saft. Bereits 800 Jahre vor Christi wird der Apfel in alten babylonischen Schriften erwähnt und auch die Medizin des Mittelalters nutzte ihn. Hieronymus Bock schreibt in seinem 1539 erschienenen Kräuterbuch, Zitat, Der Apfel spielte auch immer in der Mythologie vieler Länder eine nicht unwesentliche Rolle. Sei es als Liebesapfel, als Lebensapfel oder als Apfel der Prüfung. Beim biblischen Sündenfall soll ja auch der Apfel mit dem Spiel gewesen sein, obwohl die Bibel eigentlich nur von einer Frucht spricht. Schließen möchte ich dieses Video mit einem Wort von Martin Luther. Der sagte, wenn ich wüsste, dass morgen der jüngste Tag wäre oder die Welt untergehen würde, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017